herzlich willkommen zurück ich sehe schon ihr seid aktiv dabei und folgt mir hier von dem event der gigafactory berlin es ist jetzt nach 16 uhr hier stehen sie jetzt die 30 autos der 23er ist ja meiner darüber welche natürlich auch berichten und es war natürlich das erlebnis schlechthin elon musk zu treffen und auch mit ihm etwas reden zu können und darüber berichte ich euch dann morgen gute zwei minuten mit ihm gesprochen er hat sogar im auto unterschrieben und ja jetzt bin ich noch mal ein bisschen hier hier stehen die autos ganz viele leute die hier sind und diesen event mit uns mit feiern und tessler hat da hinten auch eine bühne aufgebaut wo musik läuft und ja jetzt muss ich mal kurz was trinken ein bisschen abschalten und dann geht es nachher zurück und ihr könnt natürlich weitere informationen bekommen aber schön dass ihr dabei seid dass ihr euch zeit nimmt das anzuschauen und hier auf dem kanal geht es natürlich dann weiter es war bewegend auch mit elon musk über seine mission zu reden bundeskanzler scholz war hier auch der brandenburgische minister präsident hat gesprochen und alle sind natürlich happy dass es losgeht dass hier umweltfreundliche autos gebaut werden mit dem mit geringsten wasserverbrauch aller autos in deutschland und ich hoffe dass jetzt die ganze arbeit sich gelohnt hat dass man durchgehalten hat und es sieht super aus es wird schon und meine weiteren eindrücke dann morgen wenn sie sich gesettelt haben auf dem kanal also vielen dank fürs zuschauen das wird jetzt noch das video und dann geht es nachher los heute abend werde ich sicherlich noch mal kurz berichten ich habe es ja jetzt raus wie man das macht hier kurze videos zu machen das ist natürlich dann schnell und direkt und ja euer interesse ist riesig vielen dank dafür und dann könnt ihr natürlich von mir auch immer schnell die information zu kommen es war sehr beeindruckend elon musk kennenzulernen auch wie er durch seine hohe intelligenz das alles verarbeiten kann auch ich rede ja relativ schnell er hat mir aufmerksam zugehört und es war wirklich sehr bewegend und die mission ihn zu unterstützen das ist ja sowieso die intention dieses kanals und man hat überhaupt nicht das gefühl dass hier autos gebaut werden in konkurrenz zu anderen autos sondern hier geht es darum um die mission von tesla spacex und von elon musk einfach zu unterstützen indem er die umweltfreundlichsten autos baut und natürlich die menschheit weiter bringt aber davon habt ihr von mir ja schon einiges gehört und das geht dann auch spannend weiter also schön dass ihr dabei seid und ja ich hätte mir gewünscht dass ihr alle da sein könnt aber das ist der beste weg um euch herzuholen um euch das miterleben zu lassen hier in berlin geht es jetzt los und ich bin gespannt wie schnell man die produktion hochwert also servus später gibt es dann mehr schön dass ihr dabei seid